Was soll ich schütteln? Was soll ich schütteln? Was soll ich schütteln? Anni, guck mal. Ich kann jetzt nicht tanzen. Ich kann jetzt nicht tanzen. Ich dachte, das Video ist irgendwo aufgeregt. Ja. Oh ja. Das ist das Ding bei YouTube dran. Ich auch. Aber bitte ohne mein Gesicht. Ich bin nicht verfremdet. Guck mal, die feinen Damen haben sie ja niemals rasiert. Die Beine. Lass sie nie mehr angucken. Oh! Unseh die. Schmeiß den Rutschung. Wuuuuh! Das ist so scheiße. Warte, ne. Das wär's da! Was? Ah. Wir sind rass起aunet definitely Food of Yum!